Hallo Spiele-Fans und wie immer herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute stelle ich euch das smarte Kartenspiel High-Low vor. Dabei wird Name Programm sein, denn die Punkte eurer Karten, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt, werden ständig hoch und runter gehen. High and Low eben. Aber widmen wir uns wie immer zunächst dem Spielaufbau. Müscht dazu einfach alle Karten und verteilt an jeden Spieler neun Karten, die er so, ohne sie anzuschauen, verdeckt in einem 3x3-Feld vor sich bereitlegt. Von diesen Karten deckt dann jeder Spieler zwei beliebige Karten auf. Die restlichen Karten werden gut gemischt als verdeckter Nachziehstabel bereitgelegt und die oberste Karte wird auf euren Ablagestabel gelegt. Der Spieler mit der höchsten Summe seiner beiden Karten wird Startspieler und beginnt. Bei Gleichstand, wie in unserem Fall, beginnt der kleinere von beiden. Euer Ziel ist es, in einer Runde mit den Karten eurer Auslage möglichst wenig Punkte zu sammeln. Denn diese Punkte werden am Ende einer Runde immer aufgeschrieben. Ihr solltet euch also am besten gleich noch einen Zettel und einen Stift besorgen. Und wer nach dem Erreichen einer bestimmten Punktzahl nach mehreren Runden die wenigsten Punkte gesammelt hat, der gewinnt. In einer Runde seid ihr dazu immer abwechselnd an der Reihe. Und wer am Zug ist, zieht immer entweder offen eine Karte vom allgemeinen Ablagestapel oder verdeckt eine Karte vom Nachziehstapel. Zieht ihr die oberste Karte vom Ablagestapel, dann ersetzt ihr diese Karte einfach mit einer Karte in eurer Auslage. Dabei ist es unerheblich, ob ihr eine noch verdeckt liegende Karte ersetzt oder eine bereits offen liegende Karte. Ich nehme jetzt einfach mal diese Karte und die Karte, die ihr dann wählt, wird oben auf den Ablagestapel gelegt. Zieht ihr eine Karte vom verdeckten Nachziehstapel, schaut ihr euch diese erst an und überlegt dann, ob ihr diese wie gewohnt mit einer Karte in eurer Auslage ersetzt. Auch hier ist es wieder unerheblich, ob diese Karte verdeckt liegt oder offen. Oder ob ihr sie offen auf den Ablagestapel legt. Wenn ihr euch dafür entscheidet, müsst ihr dann allerdings eine noch verdeckt liegende Karte bei euch aufdecken. Seid ihr mit eurer Aktion fertig, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe und muss seinerseits überlegen, welche Aktion er ausführt. Er entscheidet sich zum Beispiel die 7 zu nehmen und diese durch die 10 zu ersetzen. Ist ja schließlich niedriger. So spielt ihr abwechselnd immer weiter eine Aktion nach der anderen. Gelingt es euch dabei sogar senkrecht, waagerecht oder diagonal drei Karten gleicher Farbe auszulegen, wie in diesem Beispiel, dann dürft ihr diese Karten entfernen, denn das ist ein High-Low. Dazu nehmt ihr einfach die drei Karten und legt sie mit der niedrigsten Zahl nach oben auf den Ablagestapel. Die restliche Auslage schiebt ihr dann einfach etwas zusammen. So ein High-Low ist natürlich super, weil ihr dadurch am Ende einer Runde weniger Karten habt, die ihr werten müsst. Ihr solltet also wenigstens auch einmal ein Auge auf die Auslage des nächsten Spielers werfen, nicht, dass er ihm zu einem High-Low verhälft mit der Karte, die ihr ablegt. Tja, und eine Runde endet, sobald ein Spieler seine letzte Karte in seiner Auslage aufgedeckt hat oder keine Karten mehr in seiner Auslage hat. Dann sind alle anderen Spieler noch einmal am Zug. Dieser Spieler nimmt jetzt zum Beispiel diese Karte und dieser Spieler nimmt diese Karte und danach decken sie alle ihre Karten, die noch verdeckt in der Auslage liegen, auf und dann rechnen einfach alle Spieler ihre Punkte zusammen. Ich bekomme jetzt zum Beispiel 7, 14, 18, 21 minus 1, 20 Punkte, die ich aufschreibe und in die nächste Runde mitnehme. Punkte aus vorherigen Runden rechnet ihr einfach mit den neu erhaltenen Punkten zusammen. Übrigens, sollte der Spieler, der eine Runde beendet, in dieser Runde nicht die wenigsten Punkte erhalten haben, so muss er die Punkte, die er jetzt erhält, verdoppeln. Und wer so als erstes 100 Punkte erreicht, beendet das Spiel und wer dann die wenigsten Punkte gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. High Low, herrlich einfach, aber überraschend taktisch und smart ein unterhaltsames Kartenspiel für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren. Also reibt euch nochmal ordentlich die Augen, damit ihr auch ja nichts überseht und dann viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pion. Bis zum nächsten Mal.